Hier präsentieren wir die 5 beste Küchenscheren-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Zwilling Vielzweckschere. Einzig abtiger Edelstahl erfüllt einen Glasfaser-verstärkten Griff, der fast schwer zu brechen ist. Dies sorgt für Stabilität bei zahlreichen kraftraubenden Aufgaben, wie zum Beispiel der Reduzierung von Fleisch oder Knochen. Die Multifunktionsschere ist nicht nur im Küchenbereich einspannen, sondern auch ideal für Bastel- oder Bauarbeiten, da Sie auch Teppiche durchstechen können. Zusätzlich wird in der Mitte der Pflege ein Drehöffner montiert, der alle Arten von Abdeckungen sowie Schlösser öffnen kann. Nummer 4. Amazon Basics Multifunktionsküchenschere. Die multifunktionale Schere des Dienstleisters offenbart ein hohes Maß an Sicherheit und ein breites Aufgabenspektrum. Bei der Erstellung des Griffes war Vorsicht geboten, um sicherzustellen, dass der Deal nicht nur ergonomisch, sondern auch rutschfest ist, um Verletzungen zu vermeiden oder die Hand zu überwältigen. Zusammen mit dem traditionellen Schneiden kann der Benutzer eine Schere verwenden, um Fische, offene Deckel oder geteilte Nüsse zu verteilen, was zahlreiche zusätzliche Küchengeräte ersetzt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Victorinox Universal Küchenschere. Die Multifunktionsschere verändert gleichzeitig eine Reihe von Küchengizmos und kann somit auch universell eingesetzt werden. Beide Klingen sind mit einer Mikroseration ausgestattet, die die Reduzierung optimiert und zusätzlich den Umgang mit fertigen Lebensmitteln wie Braten oder Pizza ermöglicht. In der Mitte der Pflege gibt es eine längliche Öffnung, die als Flaschenöffner oder Nussknacker fungiert. Nummer 2. Aniky die scharfe Multifunktions Küchenschere. Die Küchenbereichsschere besteht aus hochwertigem Edelstahl, der korrosionsbeständig und langlebig ist. Durch den hohen Kohlenstoffwertgehalt der Klingen werden die Scheren durch eine hohe Druckfestigkeit identifiziert und so alle Materialien mit Leichtigkeit durchtrennt. Der zusätzlich eingebaute Flaschenöffner macht es weniger kompliziert, Flaschen mit Schraubverschlüssen oder Kronkorben zu öffnen. Und die Nummer 1 unserer Liste. WMF Touch Küchenschere 21 cm. Die Schere des weithin bekannten Herstellers hat zwei scharfe Klingen, die mit Gemüse, Obst, Fleisch und auch anderen Produkten umziehen, ohne viel Kraft zu fordern. Der ergonomische Griff mit Kunststoffabdeckung stoppt während des langen Gebrauchs unangenehme Belastungspunkte an den Fingern. Die Schere eignet sich aufgrund der gleichmäßigen Kontaktfläche für Links- und Rechtshänder. Darüber hinaus hat es eine Öffnungshilfe für Schraubverschlüsse in der Mitte. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.